Natürlich wird es in Path of Exile 2 auch wieder jede Menge verschiedene Ausrüstungsgegenstände geben und natürlich auch Crafting. Und das wollen wir uns heute angucken, was wir darüber bisher wissen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Lowepe und ich mache Content zu Path of Exile und natürlich auch zu Path of Exile 2. Und wie versprochen habe ich die ganzen Informationen aus der ExileCon für euch so ein bisschen komprimiert zusammengefasst, in Themenblöcke gepackt. Ihr findet einige Videos dazu schon auf meinem YouTube-Kanal. Natürlich werden wir in den nächsten Wochen zum Start der nächsten Liga dann auch wieder Content zu Path of Exile 1 machen. Also falls euch das Game und die Zukunft des Games interessiert, also Path of Exile 2, seid ihr hier genau richtig. Lasst mir ein Abo da, unterstützt mich damit kostenlos. Dankeschön. So, Ausrüstung und Crafting, es gab einiges dazu in der ExileCon oder auf der ExileCon. Es war alles ein bisschen schwammig für mich zumindest, nicht sehr konkret. Es wurden einige Sachen gezeigt, so wie zum Beispiel dieses Bild, was wir hier gerade im Hintergrund sehen, wo wir schon mal die Orbs sehen, die es geben wird. Ob das alle sind, ist natürlich auch noch fraglich. Es gab auch designtechnisch einiges, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Aber grundlegend habe ich die kleinen Infos, die in diesen Nebensätzen waren und so, einmal für euch zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls doch, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls euch noch was anderes aufgefallen ist. Fangen wir erstmal an mit der Währung, der Currency, den Orbs. Denn hier gibt es erstmal den Transmute, Augmentation, Regal Orb, Alchemy Orb, Exalted Orb, Divine Orb, Orb of Chance, Orb of Anignment und Orb of Regret. Jetzt fällt dem einen oder anderen vielleicht auf, dass der Alteration fehlt. Genau, den gibt es nämlich nicht mehr. Das haben sie schon gesagt, deswegen, ich weiß nicht, ob die Liste vollständig ist. Es kann natürlich sein, dass hier auch welche nicht drauf sind, die es früher gab, die es jetzt aber immer noch geben wird, aber die halt einfach nicht mehr hier drauf sind. Aber den Orb of Alteration haben sie schon gesagt, dass es den nicht mehr geben wird. Genau wie sie den Chaos Orb geändert haben, auch damit kann man jetzt ja kein Rare Item mehr neu rollen, sondern nur noch ein Mod auf dem Rare Item, wollen sie insgesamt davon weg, dass Items schnell austauschbar sind. Und das spielt alles mit dem Loot System zusammen, das habe ich in einem anderen Video auch schon mal erzählt. Denn es geht im Prinzip darum, dass das Item, was auf dem Boden liegt, was wert ist. Egal, ob es jetzt das perfekte Item ist oder nicht, wir können es zu dem perfekten Item machen und es ist mehr als ein Chaos wert. Denn derzeit ist es ja so, dass ein Item, was auf dem Boden liegt, erstmal ein Chaos wert ist, weil wir können auch einfach die gleiche Base nehmen und ganz viele Chaos Ops draufhauen und können potenziell genauso gute Ergebnisse erzielen, wie das, was auf dem Boden liegt. Deswegen gibt es super viel Loot und deswegen lassen viele Leute viel Loot liegen. Das soll in Path of Exile 2 anders sein. Es gibt weniger Loot, es gibt weniger Items. Die Items, die auf dem Boden liegen, sollten wir höchstwahrscheinlich aufheben, uns angucken und möglicherweise damit weitercraften mit zum Beispiel einem Chaos Orb, indem wir ein Mod austauschen. Generell, wie gesagt, Alteration fehlt, das heißt Magic Items werden wir nicht mehr neu rollen können. Was wir machen können, ist zum Beispiel ein Regal Orb, also ein Magic Item mit zu einem Rare Item machen. Es gibt ein Augmentation Orb, das heißt zu einem Magic Item ein Mod hinzufügen. Es gibt die Möglichkeit, ein normales Item zu einem Magic Item zu machen mit dem Transmutation Orb. Wir haben weiterhin den Alchemy Orb, also ein normales Item zu einem Rare Item machen. Wir haben einen Exalted Orb, ist wahrscheinlich dann weiterhin ein Mod hinzufügen. Wie gesagt, der Chaos Orb ist gar nicht hier abgebildet, das sehe ich gerade, genau. Der Divine Orb, der wird wahrscheinlich auch noch das gleiche machen, also die Werte neu rollen der einzelnen Modifier oder Affixe. Dann haben wir den Orb of Chance. Auch hier sieht man in der Darstellung, glaube ich, ganz gut, dass er noch eine ähnliche Funktion haben wird. Wir haben die Chance, ein Magic Item zu kriegen aus einem normalen Item. Wir haben die Chance, ein Rare Item zu kriegen aus einem normalen Item. Und wir haben die Chance, ein Unique Item zu kriegen aus einem normalen Item. Das ist, denke ich, immer noch so. Zumindest würde ich das jetzt deuten von der Grafik her. Dann haben wir den Orb of Ennulment, also einen Mod entfernen. Würde ich jetzt auch sagen, dass die Darstellung ganz gut dazu passt, dass das geblieben ist. Und den Orb of Regret, wo wir in Path of Exile 1 quasi einen Skillpunkt wieder zurücksetzen können. Könnte sein, dass das immer noch so ist. Dieses auseinandergerissene Gesicht könnte ja vielleicht dafür sprechen. Welche Funktionen da jetzt im Detail hinterstecken, wissen wir natürlich nicht. Optisch gesehen kann ich aber für mich schon mal sagen, ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr schick. Was es zum Beispiel nicht mehr so gibt, beziehungsweise nicht mehr wirklich am Item hängt, aber immer noch geben wird, sind zum Beispiel die Jeweler und die Chromatic Orbs. Die sind hier jetzt zum Beispiel nicht aufgeführt, weil die nichts mit Crafting mehr zu tun haben. Denn die hängen jetzt ja an dem Sockelsystem. Falls ihr euch für das Sockelsystem interessiert, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Denn Sockel haben jetzt nichts mehr mit dem Gear, also mit der Ausrüstung zu tun und deswegen auch nichts mehr mit dem Crafting. Und sind zusätzlich sehr deterministisch. Das heißt, da gibt es jetzt keinen Zufallsfaktor mehr, sondern wir können selber die Farben einfach auswählen. Wir können selber die Anzahl der Sockel quasi auswählen, beziehungsweise den Orb nehmen, der uns die entsprechenden Sockelanzahl gibt, die wir haben möchten. Dann haben wir noch ein paar Ausrüstungsgegenstände an sich. Die will ich euch auch einmal zeigen. Ich habe so ein paar Sachen gescreenshattet. Also hier grundlegend gibt es immer noch dieses System, dass es nach den Attributen halt verschiedene Ausrüstungsgegenstände gibt. Die sind natürlich auch thematisch dann irgendwie in diese Region einzuordnen. Also Intelligence Boots sind halt eher leichte Stiefelsandalen quasi. Genau, im Prinzip ist denke ich klar. Wenn Stärke dann halt ein bisschen schwerer, Stärke Decks so mittelschwer, ein bisschen agil und so weiter halt. Dann das gleiche gibt es natürlich für Handschuhe. Ich zeige das einfach mal. Ich glaube, es sieht halt schön aus. Also es sind schöne Modelle. Es ist übrigens eine Info, die noch gedroppt wurde. Es ist nicht wie ein Part of Exile 1, dass verschiedene, also dass eine Art oder ein Artwork, eine Grafik mehrmals verwendet wird für verschiedenste Levelstufen des Gears. Jede Grafik ist einzigartig. Das heißt, wenn wir Deckshandschuhe in Level 10 finden, dann sehen die anders aus als in Level 50 oder so. Also alles ist einzigartig. Auch schon mal, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ja, hier haben wir noch ein paar Helme. Sieht auch, glaube ich, super, super schick aus. Also grafisch ist das, finde ich, schon sehr, sehr schön. Bin extrem gespannt, wie es am Charakter aussehen wird. Gerade dadurch, dass Grinding Gear Games natürlich ein großes Interesse daran hat, dass wir Skins kaufen, bin ich halt umso gespannter, wie viel Gutaussehendes sie uns aus dem Standardgame heraus geben werden. Hier nochmal ein paar Waffen, ein paar Schilde und, und, und. Das hier, das fand ich nämlich auch spannend. Es wird nämlich so sein, dass die Akte in Kulturen eingeteilt sind. Das heißt, die Akte sind halt von Kulturen bewohnt und diese Kulturen haben ihre eigene Mode bzw. ihre eigenen Models. Das heißt, wenn wir in Akt 1 sind, werden wir eine andere Optik finden als in Akt 3 zum Beispiel, wenn es unterschiedliche Kulturen sind, weil wahrscheinlich auch unterschiedliche Wetterbedingungen da herrschen. Das heißt, in Akt 1 ist man vielleicht ein bisschen leichter gekleidet, während es vielleicht ein bisschen kälter wird in Akt 3. Nur so dahingesagt. Aber grundlegend soll das dieses Bild hier zeigen, dass es halt unterschiedlichste Kulturen gibt und unterschiedliches Gear bzw. unterschiedliche Loot designtechnisch, wie ihr da auch entsprechend kriegen könnt und uns danach dann, ja, so ein bisschen ausrüsten. Wie das später im Endgame sein wird, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob es eine Relevanz hat, aber grundlegend haben sie das so erklärt. Dann gibt es hier noch ein paar Waffen, nicht so viel. Sie haben hier so ein paar Sachen gezeigt, ein paar Sachen ausgeblendet. Einfach ein kleiner Sneak Peek, glaube ich. Dann grundlegend nochmal zur Einteilung der Waffenarten nach den Attributen. Also was für Attribute braucht man, um das tragen zu können. Da haben sie auch ein bisschen was zu gesagt. Also im Prinzip ist das ähnlich wie ein Pass-of-Excel 1 oder genauso wahrscheinlich sogar, nur dass halt neue Kategorien dazugekommen sind, die man hier übrigens auch sieht. Also Crossbows und hier Spares. Ja, was zeigt uns das? Im Prinzip eigentlich nur so die Verteilung. Das kann man wahrscheinlich so ähnlich auch auf den Skilltree legen. Dann hat man so ein bisschen die Einordnung, was eigentlich für Waffengattung gedacht sind für die einzelnen Klassen. Natürlich heißt das nicht, dass ich nicht einen Maze als Zauberer nehmen kann. Das geht schon. Nur der Maze hat halt Stärkeanforderungen und die muss ich dann irgendwie kriegen auf meinem Zauberer. Und genau so geht es halt in alle Richtungen. Also Grenzen haben wir weiterhin keine, aber das sind auf jeden Fall die Attributsanforderungen der Items an sich. Wir können zukünftig beim Händler wirklich sehr, sehr gute Ausrüstung finden, die wir dann für unser Gold, was wir sammeln, kaufen können. Denn wahrscheinlich wird auch nur dafür erstmal das Gold benötigt und es wird keine Crafting Bench mehr geben. Das heißt, wir haben nicht mehr wie in Path of Exile 1 die Möglichkeit, uns Resistenzen oder so nachzukraften. Und der Ausgleich ist eben, wie gesagt, der Händler, der halt deutlich, deutlich bessere Ausrüstung verkauft. Das haben wir auch in ein paar Szenen gesehen, dass da wirklich schöne Sachen dabei waren. Was es noch geben wird, sind Händler-Rezepte. Das heißt, wie in Path of Exile 1 können wir uns unser Gear quasi deterministisch craften, indem wir bestimmte Kombinationen zusammen verkaufen und dadurch dann halt, ja, besseres Gear erhalten mit den Mods, die wir brauchen. Das wird es noch geben. Was haltet ihr von den aktuellen Informationen, die uns zur Verfügung stehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, abonniert den Kanal, falls ihr euch für Path of Exile 2 interessiert und natürlich auch für Path of Exile 1. Bis zum nächsten Mal. Guten Loot. Ciao.